Guten Morgen, ihr Lieben! Ein kleiner Gruß noch aus meinem Resturlaub, sogar von 2019, den ich bis heute habe. Heute ist Samstag, aber morgen ist wieder Gottesdienst, den wir zusammen feiern können, hier in der Dellinger Kirche. Und vorab möchte ich euch meine Gedanken zum Gottesdienst, zum Predigtext noch mitteilen, wieder hier ein wenig in zivil, dem Urlaub quasi angemessen, aber doch ein wenig in gottesdienstlicher Gestalt aus meinem Büro in Delling. Herzlich willkommen dazu und ich lade euch ein, Gottesdienst zu feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fahren lässt, das Werk seiner Hände. Wer mit mir gemeinsam den Psalm beten möchte, der halte gleich nach der Ansage erstmal das Video an und schlage auf den 43. Psalm, den findet man im Gesangbuch unter der Nummer 723. Wir können ihn jetzt, vielleicht nach einer Pause vielleicht noch nicht, gemeinsam beten oder ihr könnt ihn auch hören. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringe zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtshilfe und mein Gott ist. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Guter Gott, du bleibst uns Zuflucht. Und nicht aus uns allein soll das fließen, was Gerechtigkeit und Recht ist, sondern es ist im Letzten von dir eine Gabe, die du in diese Welt hineinspendest. Schaffe mir Gerechtigkeit und Recht, so betet der Psalmbeter, und legt damit sein Elend, seine Interessen, all das, was ihm am Herzen liegt, in deine Hand, in die Hand dessen, der größer ist als all unsere Vereinzelung, in die Hand dessen, der über all unseren Taten steht. Und so nimmt er das Gesetz nicht selbst in die Hand, sondern vertraut sich dir an und vertraut darauf, dass aus dir heraus Gerechtigkeit fließt. Schenke uns diese Gelassenheit in vielem, was uns begegnet. Aber schenke uns auch den Mut des Beters, sich an dich zu wenden und das Unrecht offen zu benennen. Und dann zu warten. Zu warten, was aus deinem Worte fließt, was aus deinem Worte kommt, wie wir uns verhalten mögen in der Ungerechtigkeit der Welt. Und dann dein Wort in die Welt hinein zu sprechen und auf seine Gewalt zu hoffen und nicht auf die Gewalt, die von uns ausgeht, nicht auf die Lösungen, die von uns kommen, sondern zu bezeugen, was deine Gerechtigkeit von uns fordert, in einer weitgehend gottlosen Welt, die nur dann wieder von dir hört, wenn wir dein Wort sagen. So nimm uns in den Dienst, nicht als Gewalttätige, nicht als diejenige, die ihre eigenen Interessen durchsetzen, sondern als die, die treu deinem Wort dienen und ihrer Hoffnung Ausdruck verleihen in alledem, was sie tun. In aller Bescheidenheit, in aller Menschenliebe, aber auch mit der tiefen Verbundenheit zu deiner Wahrheit, die in Jesus Christus groß geworden ist, mit dem du in der Welt uns gegenwärtig wurdest, unser Freund und mit dem Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt, dein Wort in die Welt hinein zu sagen, die Welt, die du erschaffen hast, du unser Gott. Amen. Wir hören auf das Evangelium für den heutigen Sonntag und ich würde mich freuen, wenn ich dazu ein paar Worte sagen dürfte, obwohl es nicht der vorgeschriebene Predigtext ist, aber ich denke, es ist ein interessanter Text. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Dieser Text steht bei Markus im zehnten Kapitel. Es sind die Verse 35 folgende selig, die Gott das Wort hören und bewahren. Amen. Ich lade euch ein, gemeinsam unseren Glauben zu bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu einem Gottesdienst gehört natürlich auch ein wenig Gesang. Wenn ihr es mögt, dann singt doch mit mir zusammen, und zwar das Lied unter der Nummer 395, Vertraut den neuen Wegen 395. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich Regen, weil Leben wandern. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht. Er wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen, in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Neue Wege. Auf denen sind die Jünger Jesu unterwegs. Er eröffnet ihnen Horizonte, Horizonte über das hinaus, was sie kennen. Und dennoch sind sie immer noch tief hineingebunden in ihre Vorstellungswelt, in die Traditionen ihres Volkes. Und zu dieser Tradition gehört eben auch das Bild von der Herrschaft Gottes davon, dass der Messias die Herrschaft Gottes aufrichtet und dann in einem großen Gericht, in einer großen Herrschaft über die Welt, ja, rechts sprechen wird, rechten wird. Und dieses Bild wird ja allen Teilen auch vom Evangelium aufgenommen. Und das ist insofern irritierend, weil es immer der Korrektur bedarf. Weil, wenn wir von Gericht sprechen, dann gehen wir erstmal von einer Herrschaft aus, die legitimiert ist, die sich durchgesetzt hat, die durch gewisse Machtmittel stabilisiert ist. Und diese Herrschaft verträgt sich so gar nicht mit dem, was Jesus dann den beiden Jüngern, die zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen wollen, also die an seiner Herrschaft teilhaben wollen, an einem ganz prominenten Ort, was er denen denn sagt. Er sagt, könnt ihr den Kelch trinken, die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde, das bedeutet, könnt ihr in dieses Leiden, in diesen Tod hineingehen für die Sache Gottes? Und sie sagen, ja, und er sagt, ja, das wird doch tatsächlich so sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass euch irgendeine Herrschaft bestellt wird, nämlich das legt Jesus selbst aus der Hand. Und natürlich werden die anderen Jünger unwillig, dass da zwei von ihnen quasi vorbrechen und sagen, wir wollen aber jetzt einen super Posten in deiner Verwaltung haben, einen super Posten in deiner Herrschaft haben, wir wollen quasi im Thronrat die Ersten sein. Und dann ruft sie noch mal zusammen und bricht quasi das Bild von der Herrschaft, vom Gericht Gottes von innen heraus auf. Er definiert es neu, er erklärt es seinen Jüngern neu und zwar so, dass Herrschaft Gottes etwas ganz anderes bedeutet, nämlich Herrschaft bedeutet im Sinne Gottes dienen. Den anderen zu dienen, den anderen zu dienen sein und nicht von voroben herab zu verhängen. Damit stellt er alle menschliche Herrschaft in Frage und damit erklärt er das Paradox dessen, was Herrschaft Gottes bedeutet, nämlich die Liebe zu den Menschen bringen, ihnen zu helfen, so wie der Psalmbeter ja Gott um Hilfe bittet. Dass eben die Menschen nicht niedergehalten werden durch Herrschaft, sondern dass ihnen geholfen wird. Dieses Denken ist bei den beiden Jüngern nicht drin, sondern sie haben durchaus dieses Denken und die zehn anderen auch von einer Herrschaft, die schon verhängt, die schon niederhält, wo es schon ein Oben und ein Unten gibt. Und in Jesu Tod und seiner Auferstehung kehrt sich das geradezu um. Die Herrschaft, die ist da, wo die Liebe Gottes zu den Menschen gebracht wird und nicht da, wo etwas gewaltsam durchgesetzt wird nach den Mitteln der Welt. Nun ist eine Kirche entstanden im Laufe der Geschichte nach Jesus und diese Kirche ist angetreten, um das Gedächtnis dessen, was Jesus gesagt hat, um die Heilige Schrift zu bewahren und so zu behalten, dass die nicht irgendwie durcheinandergewirbelt wird. Und so quasi Vertreter des Wortes Gottes. Das ist ja sicherlich auch ein Stück weit notwendig, wenn etwas nicht in Vergessenheit geraten soll. Eine Organisation, die sich etwas zu eigen macht, die sich eine Aufgabe zu eigen macht, nicht die Schrift selbst. Dabei ist es aber denn nicht geblieben, sondern es ist schon sehr, sehr schnell zu so etwas wie der Konstituierung einer Herrschaftsstruktur gekommen. Wo verschiedene Ämter existieren, das spiegelt sich schon in der Heiligen Schrift in einigen Briefen ab. Ämter, die Funktionen wahrnehmen und durch diese Funktionen auch sicherlich durchaus sehr anfällig sind für so etwas wie Herrschaft. Und wenn wir denn auf die Geschichte der Kirchen insgesamt schauen, so ist es immer so gewesen, dass sie nie herrschaftsfrei gewesen ist. Manchmal hat sich Herrschaft ganz klar dargestellt in einem päpstlichen Amt, in einem bischöflichen Amt, in einem Amt als Pfarrer, Pastor und so weiter und so fort. Das gibt es in jeder Konfession, diese Herrschaftsstrukturen. Und das ist schon nicht mehr das, was Jesus gesagt hat, sondern das ist das, was Jakobus und Johannes wollten. Sich quasi in den Thronrat Jesus hinein mogeln und dann zu sagen, was die Menschen zu tun haben und zu lassen haben. Und da hat Kirche sehr, sehr schnell ihren eigentlichen Platz verloren. Nämlich, sie haben sich zur Herrschaft gemacht, da wo Jesus nie Herrscher gewesen ist und es auch nicht in dem weltlichen Sinne sein wollte. Und unsere ganzen Kirchenlieder legen davon etwa Zeugnis ab von diesem Gedanken Herrschaft. Jesus Christus herrscht als König, alles wird dem Untertänig und so weiter und so fort. Dieses Aufbrechen dessen, was in der Welt Macht ist und was von ihm nicht sein soll, das haben wir nur relativ selten, weil wir das Ganze nicht in allem Ernst nachvollzogen haben. Dass es darum geht, nicht zu herrschen, sondern zu nützen. Dass es darum geht, das Wort Gottes tröstlich zu den Menschen zu bringen und nicht herrschend. Auch in Gemeinschaften, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, keine Herrschaft auszuüben, gibt es natürlich so etwas wie eine geistliche Hierarchie derer, die im Ruf stehen, besonders gut zu können, besonders gut zu wissen oder die sich diesen Ruf irgendwie erworben bzw. erstritten haben. Auch das ist kritisch zu sehen, weil das Letzte ist immer die persönliche Begegnung mit der Heiligen Schrift. Der zu dienen allein, die Kirche da ist, nicht um zu herrschen und dann einander zu beraten in Geschwisterlichkeit ohne Über- und ohne Unterordnung. Dass das nicht geschieht, ist vielleicht ein Phänomen der Welt, die sich immer jeder Lehre, jeder Botschaft bedient, um Herrschaft zu konstituieren. Und das soll nicht sein. Wir sehen es im Augenblick an den Auswüchsen, was heißt im Augenblick, historisch an den Auswüchsen, die diese Herrschaft hervor vorgebracht hat, Kriege gar, Auseinandersetzungen und da hat es auch immer das Problem der Macht gegeben. Das war nicht alles nur um das Wort Gottes willen, sondern Macht stand immer dahinter. Und wenn man die Verquickung von Glauben und Politik sieht, dann sieht man ganz klar, dass das so ziemlich das Giftigste ist, was man haben kann. Insofern nicht kritisch gegen den Glauben, nicht kritisch gegen die Heilige Schrift, aber kritisch gegen all das, was wir daraus machen, steht dieser Text uns Gott sei Dank im Weg. Und wir sollten das ernst nehmen, auch da, wo sich Menschen zu Autoritäten machen, auch da, wo sich Menschen quasi anmaßen, darüber zu richten, was gut und richtig ist, sondern wir sind hineingestellt in diese Welt, um zu trösten, um mitzugehen und das fällt uns ja so wahnsinnig schwer. Aber immer wieder zurück. Und vielleicht diese letzten Worte des Evangeliums noch einmal vor Augen geführt. Ich lese sie einfach noch mal vor. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. So, ihr möchtet, lade ich euch ein, noch ein Lied mit mir zu singen. Das Lied unter Nummer 409. Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt, Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben, Gott ist der Held, was er selbst gegeben, Gott gehört die Welt. Gott liebt diese Welt, Feuer, Schein und Wolke und das Heilgezelt, sagen seinem Volke, Gott ist in der Welt. Gott liebt diese Welt, ihre Dunkelheit, hat er selbst erhellt, im Zenit der Zeiten kam sein Sohn zur Welt. Gott liebt diese Welt, hat er uns bestellt, zu des reiches Herben, Gott erneut die Welt. Gott liebt diese Welt, in den Todesbanden, keine Macht ihn hält, Christus ist erstanden, Leben für die Welt. Gott liebt diese Welt, Gott liebt diese Welt, er wird wiederkommen, wann es ihm gefällt, nicht nur für die Frommen, nein für alle Welt. Gott liebt diese Welt, Gott liebt diese Welt. Guter Gott, wir sind hineingebunden in ein System von Herrschaft, von Herrschen und beherrscht werden. Manches davon mag nötig sein. Und dennoch geht dabei so leicht das verloren, was wesentlich ist, die Liebe zueinander, das Wissen darum, dass jeder vor dir ein Kind ist, das im gleichen Range steht wie der andere. Herrschaft verführt immer dazu, selbstgefällig und selbstbedienend zu sein. Herrschaft verführt immer dazu, Macht zu genießen, ohne danach zu fragen, was der andere braucht. So soll es unter uns nicht sein. Wir sollen Zeichen von dem geben, was deine neue Wirklichkeit in dieser Welt ist. Eine Wirklichkeit, in der derjenige, der herrschen will, allen anderen dient und dienlich ist. Dessen Werk nicht darin besteht, Streitkräfte zu rekrutieren, ins Feld zu ziehen, zu bestrafen, die eigene Gerechtigkeit durchzusetzen mit Macht und Gewalt, sondern von deiner Liebe Zeugnis abzulegen, die allen Menschen gilt. So sei bei uns und stärke uns in diesem Wissen und lass uns auch so Herrschaft in Frage stellen. Das, was uns gesagt wird, das, was uns auferlegt wird. Und lass uns immer fragen, was dient deiner Liebe und was sagt dein Wort? So hilf uns, wir selbst zu sein, vor dir und vor dem, was in dir gilt. Die Liebe zu allen Menschen, die Liebe zu dieser Welt, die du geschaffen hast und die du erlösen willst, in Jesus Christus, unserem Herrn und dem Heiligen Geist. So beten wir zu dir, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch allen seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen, die ihr schaut, einen schönen Resttag, ein wunderschönes Wochenende und ja, die Gelassenheit in Gott, Herrschaft, ja, in Frage zu stellen, Ordnung natürlich zu wahren und vor allem die Liebe zu leben und nicht uns selbst zum letzten Maß zu machen, sondern das Wort Gottes zu unserem Maßstab zu behalten. Alles Gute und bis vielleicht nächste Woche oder vielleicht bis Sonntag im Gottesdienst.